Eine Woche Early Access und das erste offizielle Release-Wochenende jetzt gespielt. Fast Level 40. Ich möchte jetzt endlich mal ein Review raushauen, meine Meinung und auch harte Fakten. Das heißt, in diesem Video werde ich mich auf harte Fakten beziehen und meine eigene Meinung. Es soll kein Hate werden und es soll auch kein Shitstorm werden oder so. Ich bin einfach ganz normaler Battlefield-Fan, wie ihr da draußen auch. Am Ende des Tages möchte ich, dass es ein sehr gutes Spiel wird und deswegen werde ich dieses Video jetzt hier auch durchziehen. Es ist auch kein Hate gegen Entwickler bzw. gegen alle möglichen Dice-Menschen oder so. Wer da am Ende tatsächlich die Verantwortung für den aktuellen Zustand des Spiels trägt, dazu sage ich dann später mehr. Zumindest glaube ich, wer da für verantwortlich sein könnte. Das Spiel grundsätzlich einmal vorab macht Spaß, sonst würde ich es ja auch nicht spielen. Es ist allerdings meiner Meinung nach unfertig und aktuell in einem kritischen Zustand. Und ich würde ganz gerne anfangen mit der Erwartungshaltung, die ich an dieses Spiel hatte damals. Alle Leute, die Battlefield 5 gespielt haben, die erinnern sich bestimmt. Irgendwann kam die Nachricht, Battlefield 5 wird ab sofort nicht mehr supported. Ein letztes Update kam im Juni, dann noch ein Herbst-Update mit den ganzen Cosmetics usw., die sie dann nochmal reworked haben und so nach dem Pacific-Update. Alle waren irgendwie so, hm, scheinbar ist Battlefield 5 jetzt doch auf dem richtigen Weg gewesen. Geil, ey. Pacific-Update richtig gut. Das Herbst-Update nochmal mit zwei neuen Karten. Provence wurde überarbeitet. Wir haben die ganzen, ich sag jetzt, authentischen Uniformen und Skins bekommen und so. Alle schienen irgendwie im größten Teil zumindest glücklich zu sein. Und auf einmal wurde der Support eingestampft und keiner wusste so genau warum, bis sie dann gesagt haben, ja, wir brauchen die Manpower und diese ganzen Entwickler fürs neue Battlefield, damit es ein großartiges Battlefield wird, ein richtig gutes Battlefield und wir brauchen einfach diese ganzen Leute dafür. So, dann kam irgendwann raus, dass es auf jeden Fall schon mal keine Kampagne mehr bekommen soll, ja. Ich weiß nicht, wer da als erstes irgendwie das Wort ergriffen hat. Kann sein, dass Tom Henderson das schon irgendwie geleakt hat. Irgendwann wurde es ja auch offiziell. Und dann habe ich mir gedacht, okay, krass, wenn es keine Kampagne gibt, dann muss dieses Spiel ja im Fokus auf den Multiplayer richtig abliefern, weil wir haben einfach keine Ressourcen, die für eine Kampagne genutzt werden, sondern alles bezieht sich so mehr oder weniger auf Multiplayer und Multiplayer-Modis, wie jetzt zum Beispiel dann auch Hazard Zone und Portal. Und dann kam der dritte Punkt, bei dem ich gedacht habe, krass, das Spiel wird richtig geil. Drei große Studios arbeiten da dran, beziehungsweise es gab auch noch mehr Studios, die dann irgendwie kleinere Auftritte bei der ganzen Sache hatten. Man kann das ja mehr oder weniger auf der Internetseite bei denen noch sehen, wer alles da involviert war. Und ja, das waren so diese ganzen Punkte, bei denen ich mir so gedacht habe, heftig. Und dann auch noch 128 Spieler. Wahnsinn. Heftiger Scheiß. Ihr seht hier also, meine Erwartungshaltung an das Spiel war einfach gigantisch, weil ich mir dachte, kein Battlefield 5 Support mehr, keine Kampagne mehr, Fokus auf Multiplayer quasi, drei bis vier Jahre Entwicklung, riesen viele Studios mit ganz vielen Mitarbeitern, sogar die Leute von Star Wars Battlefront waren auch noch mit im Boot. Das war meine Erwartungshaltung an das Battlefield. Und dann ging es weiter mit der Ankündigung, beziehungsweise mit Ankündigungen und Marketing. Wir wollen nicht warten, bis zum nächsten Juni, um zu share, was die Teams arbeiten. Generation shifts sind eine Möglichkeit, zu bewegen die Boundaries der Gaming, wie wir es heute kennen. Und das Zeitpunkt ist nicht anders. Unsere Studios nehmen ihre verrückte Ideen, und machen sie real. Für jede Konsole Generation, DICE setzt die Bar für excellence in Audio- und Visual-Presentations. Wir machen episch-Battles, an a scale in Fidelity unlike anything you've experienced before. Wir machen die Boundaries, Ich meine, wir haben alle diese Trailer gesehen und wir wissen auch, dass DICE diese Trailer richtig geil hinbekommt und die auch immer ultra bombastisch gut aussehen. Mega gut sogar. Und alle waren geflasht, alle waren gehypt, so diese ganzen Zweifel, die dann alle wegen Battlefield 5 auch hatten und so. Es gab viele Leute, die gesagt haben, dass ihre, ich sag jetzt mal, Erwartungshaltung immer noch sehr niedrig war und sie gesagt haben, ich bleibe lieber skeptisch. Ich habe immer wieder in den Kommentaren unter meinen Videos gelesen, dass Leute von euch da draußen gesagt haben, ich warte lieber ab. Nicht, dass das wieder eine Katastrophe wird und so weiter. Und deshalb habe ich mir auch gedacht, ja schon, man versucht sich so ein bisschen im Zaum zu halten, aber nachdem man diese ganzen Trailer gesehen hat, das war jetzt nur so ein Mini-Ausschnitt von allem, war man trotzdem gehypt, man war trotzdem geflasht, man hat das alles gesehen und dachte sich, dieses Spiel wird einfach gigantisch sein. Es wird riesig sein, es wird richtig gut sein, mit Sicherheit wird es richtig gut sein. Und dann, ja, kam quasi die Beta raus, da hat man dann so ein bisschen gemerkt, okay, grundsätzlich spielt es sich ganz gut, Spezialisten mag nicht jeder. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da jetzt nicht so der Feind von in dem Sinne. Klar, mit Klassen wäre es natürlich noch geiler, das sage ich auf jeden Fall ganz ehrlich. Mit Klassensystemen und Klassengelockten Gadgets zum Beispiel auch und Waffen fände ich dieses Spiel auch besser. Ist jetzt nicht so dramatisch für mich persönlich. Am Ende des Tages ist es halt ein Shooter-Game, das ich dann spiele. Aber in dem Zustand, in dem es dann jetzt rauskam, da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich jetzt, nachdem wir Battlefield 5 komplett durchgehabt haben, von Anfang bis Ende gar nicht mit gerechnet. Hey, but for a game that's just launched, check out the store. I mean, you talk about content. If I did not run this channel where I need these titles to do hardware testing and stuff, I probably would have requested a refund after my first hour of playing, honestly. Everything about this game is a completely glitchy catastrophe. There is already over 1,400 reported errors in the game itself. The amount of bugs that are still in it, the fact that I don't think DLSS is working off and on on ultra performance makes no difference in the FPS. And that's never been the case with any DLSS title we've ever played or tested around here. Am I not hitting you? No. I think there's a ton of some features in the game that are broken. I feel like the balance is completely off. I feel like DICE literally phoned this one. Yeah, all yours is set. All yours is set. I'm at a loss at how terrible, and I haven't even got to how terrible the launch is. I've had three crashes in the past fucking 20 minutes. The servers fucking suck. There's constant lag. There's constant hard crashes. It is one of the worst performing battlefields ever. Extremely disappointed in the way portals are implemented and the limitation on servers and the fact that you can get all excited and get friends online and you can't even create a server. Because it's fucking impossible if you try to get two squads together to play with each other. They get bumped out of the goddamn matches. The stars have to fucking align in order for you to play with more than three friends in a game that is 128 players. Oh, yep, there's the boat. Messed me up. Just sitting there. Dominating. Interface sucks. Who made this interface? A fucking first-year developer? And we don't have a fucking scoreboard. We can't zoom on the fucking map so that we can spawn in the fucking areas that we need to spawn in. I just wanted to shine a spotlight on this Reddit post here because this dude has pretty much overhauled the Battlefield 2042 UI and made many improvements to it in the space of one afternoon. And honestly, why DICE couldn't do this themselves, I have no idea. It makes me so sad not being able to, like, have a chance because you're not sniping. All we want, I guess. Whenever anybody says that single-player campaign is being cut and those resources will be used for multiplayer, point them to Battlefield 2042. And then point a middle finger at them because they're lying. That is not how resources work. It feels like we were lied to when the single-player part was cut and the multiplayer part was cut or something. You know, like they didn't have the money. Das ist faktisch, das ist das, was ich am Anfang meinte mit auf Fakten basiert und eigener Meinung, der aktuelle Zustand vom Spiel. Ich habe Spaß und ich habe auch längst nicht all diese Probleme, die ihr gerade in diesem Clip gesehen habt, Leute. Der ist übrigens von Reddit, den habe ich nicht selber gemacht. Ich wollte es euch einfach nur mal zeigen, was die Menschen auf Reddit alles posten, was die alles für Probleme haben. Ich habe noch ein Video theoretisch da, das würde aber den Rahmen sprengen, in dem Shroud versucht, mit seinem Jet gegen Hochhäuser auf Hourglass zu fliegen. Und sein Kampfjet explodiert halt einfach gar nicht. Es passiert einfach nichts. Man bouncet einfach nur von einem Hochhaus zum nächsten. Eines davon hat irgendwie geklappt. Das hatte die richtige Entwicklungsphase durchgemacht und dann ist sein Jet auch explodiert. Aber das ist halt der Zustand. Und wie gesagt, ich habe längst nicht all diese Probleme und ich habe auch Spaß insgesamt beim Spielen. Aber diese spaßigen Momente werden immer seltener bzw. sind selten und werden oft von frustrierenden Momenten überschattet, in denen dann irgendeiner mit dem Hovercraft oder so vorbeikommt. Das sind alles Balance-Probleme. Das juckt mich auch gar nicht, weil ich mir denke, dass das irgendwann alles gefixt wird. Also klar, natürlich juckt es mich. Das ist die falsche Aussage gerade gewesen. Aber es ist halt nichts mega gravierendes, weil es war von Anfang an klar, dass es Balance-Probleme geben wird. Aber bei auch so Sachen wie zum Beispiel dem Portal-Modus, als ob sie nicht damit gerechnet hätten, dass irgendwann alle Leute dahergehen und sagen, ich mache jetzt einen XP-Farm-Server. Leute, das gab es schon in Call of Duty World at War. Wie lange gibt es dieses Spiel schon? Wie lange gibt es schon XP-Farm-Server? Als ob die das nicht wussten, dass das irgendwann kommt und jetzt hauen die die XP runter, die Rate runter und jetzt wissen sie nicht, wie sie das fixen sollen. Also das sind doch alles so Dinge, wo man sich dann so fragt, hätte das Spiel nicht einfach noch ein paar Monate, ein halbes bis Jahr nicht irgendwie einfach noch länger in Bearbeitung sein müssen, wenn man sich diesen ganzen Zustand mal anschaut, damit das auch mal ein richtiger Release wird? Das kann doch nicht sein. Und es gibt mit Sicherheit da draußen Leute, die jetzt wieder sagen werden, ja ich habe aber Spaß an dem Spiel, das ist doch nicht so schlimm, das wird doch alles. Aber jetzt mal ganz ehrlich Leute, ihr seid, und das ist auch wieder Fakt, Kunde. Ihr seid Kunde von EA, von DICE, weil ihr dieses Produkt kauft. Battlefield ist nichts anderes als ein Produkt. Und jetzt mal Real Talk. Wenn ihr ein Produkt vorgestellt bekommt, ja, es ist ein ganz tolles Produkt, im Marketing wird das alles ganz toll beschrieben und so weiter. Und sagen wir mal, es wäre ein Auto, ja, bestes Beispiel, nehmen wir jetzt einfach ein Auto. Am Ende hat das Produkt aber kein Bordcomputer. Euer Auto hat kein Bordcomputer, ihr könnt damit fast gar nichts machen. Und ihr habt eine Riesensumme dafür ausgegeben. Würdet ihr dann immer noch sagen, ja, aber es fährt ja, es hat ja wenigstens Räder und es hat einen Motor eingebaut. Ich habe ja Spaß damit. Und nachdem ihr, keine Ahnung, sagen wir mal 50.000 dafür ausgegeben habt, würdet ihr dann auch noch sagen, ach ja, ich habe ja Spaß noch. Leute, am Ende des Tages ist es euer Geld, was ihr für dieses Spiel ausgebt. Es ist euer Geld, was ihr für dieses Spiel ausgebt. Und ihr gibt es DICE, weil ihr von denen ein Produkt erwartet, was euch Spaß macht, was euch einen Mehrwert bietet. Und womit ihr dann eine tolle Zeit habt. Und dieser Zustand von diesem Spiel ist meiner Meinung nach schon, wenn man sich das ganze Marketing anguckt, ähnlich wie bei Cyberpunk übrigens, Vortäuschung falscher Tatsachen, beziehungsweise es sind ja schon verschwiegende Mängel, kann man ja schon sagen. Denn entweder sind alle EA-Partner, die bei diesen Playtests waren, alle blind und haben gar nichts davon mitbekommen. Oder sie sind einfach mundtot und dürfen da gar nicht drüber reden und wurden halt mehr oder weniger dazu gebracht zu sagen, naja, das Spiel ist ganz toll, es gibt ein paar Bugs, das wird alles gefixt und so weiter. Aber grundsätzlich ist das Spiel in einem Top-Zustand. Abgesehen von, ich glaube, Max-FPS war das, habe ich kein einziges Video da draußen gesehen, das Battlefield nach diesen ganzen Playtests kritisiert hat. Wirklich niemanden. Also kann sein, dass es da noch wen gab. Ich will das jetzt gar nicht irgendwie bestreiten. Das ist nur das, was ich jetzt von meiner Erfahrung her sagen kann. Aber weder, also ich will auch keine Namen nennen von denen, die irgendwie alles schön geredet haben oder so. Aber es gibt so viele Leute da draußen, die einfach gesagt haben, es sieht alles ganz toll aus und es wird super. Aber das wurde es nicht. Und wenn das so weitergeht, wird das der neue Standard für alle möglichen AAA-Spiele, für alle Spiele, die irgendwann rauskommen. Wenn Cyberpunk damit durchkommt und wenn Battlefield 2042 damit durchkommt, dass solche Spiele von AAA-Studios auf den Markt geschmissen werden, nachdem es übrigens auch noch mal einen Monat verschoben wurde. Und ja, ach, nach der Beta, die war ja schon ein paar Monate alt. Und ach ja, es wird ja noch ein Delay von einem Monat geben. Und ach ja, es wird ja noch einen Day-One-Patch geben, den es übrigens nicht gab, sondern einen Tag vorher und der war super klein. Es hat im Prinzip nur Rubberbending gelöst in großer Summe, sage ich jetzt mal. Vieles davon waren halt Kleinigkeiten, die gar nicht so Game-Breaking waren. Aber worauf ich hinaus möchte, ist einfach, man kann sich das auch alles schönreden. Natürlich, Battlefield hat eine übertrieben krasse Fanbase, eine richtig gute Core-Base. Alle Leute wollen das auch verteidigen. Nicht alle natürlich, aber viele Leute verteidigen das und sagen, ey, sagt nichts Negatives gegen Battlefield und so. Leute, das ist kein Shitstorm oder sowas, was ich hier mache. Das ist, was wir hier gerade eben gesehen haben, das sind Fakten, wie der Zustand vom aktuellen Spiel ist. Und ihr solltet euch gegenüber so einen Respekt haben, diesen Menschen nicht zu erlauben, solche Spiele in so einem unfertigen Zustand auf den Markt zu schmeißen, weil das ist einfach nicht gut. Das ist einfach nicht gut. Wenn das jetzt jedes Mal der Fall wird, Leute, wie viele, ungelogen, wie viele Spiele gibt es da draußen im Early Access oder in der Beta, die auch nie darüber hinausgehen, weil es einfach Schrott-Games sind, die einfach nur dafür konzipiert werden, für immer in diesem Loop zu bleiben und sich nie weiterzuentwickeln. Ja, also es gibt so viele Early Access-Survival-Games zum Beispiel auch da draußen, die einfach Schrott sind, die eine ultraschlechte Performance haben und da zahlen Leute 30 Euro für, für so ein Game, was nie fertig wird. Und wenn das jetzt mit AAA-Titeln und mit anderen etwas größeren Studios, die dann diese Spiele entwickeln, auch so passieren wird, das wird eine Katastrophe. Und deswegen mache ich gerade dieses Video hier, das liegt mir wirklich auf dem Herzen, weil ich einfach nicht möchte, dass wir in Zukunft weiter so beschissene Spiele bekommen, in einem so beschissenen Zustand, ja. Das Spiel Battlefield 2042 hat sehr großes Potenzial, meiner Meinung nach. Und es spielt sich auch spaßig. Die Momente sind, es sind nicht viele Momente, aber sie sind da. Aber das darf so nicht weitergehen. Also das darf nicht der neue Maßstab dafür sein, dass ein Spiel Live-Service bekommt für mehrere Jahre und dieser Live-Service quasi beinhaltet, dass wir hingehen und sagen, ja, wir fixen während dem Live-Service halt einfach die Bugs und die Probleme und adden Features, die eigentlich das Spiel von Anfang an haben sollte, wie ein Scoreboard das fehlt, wie, dass man Leute irgendwie scheinbar nicht richtig reviven kann. Und jetzt mal ganz ehrlich, es ist ein Shooter-Game. Es ist ein Shooter-Game. Und was funktioniert in einem Shooter-Game bei Release nicht, bei diesem Battlefield? Das Schießen. Das Schießen funktioniert nicht, denn es ist einfach komplett verbuggt und es hat Waffenblumen in, keine Ahnung was für einem Ausmaß. Es ist krank. Also es ist echt heftig. Und wenn das Schießen, das Kernelement eines Shooter-Games nicht in einem Shooter-Game funktioniert, wenn es released wird, dann kann doch irgendwo was nicht stimmen, Leute. Und das hat jetzt auch nichts damit zu tun. Ich könnte immer noch weitermachen. Ich könnte weitermachen, dass die Karten teilweise immer noch meiner Meinung nach zu groß sind. Es gibt sehr viele Bereiche, die gar nicht gespielt werden. Dann wird es wieder Leute geben, die sagen, ja, dann spawn halt da, wo Clusterfuck ist. Ja, aber wozu gibt es dann diese ganzen großen Bereiche auf dieser Karte, wenn man dann nur im Clusterfuck spielt? Dann brauche ich auch diese riesen Karten nicht. Dann kann man die auch direkt wegschneiden, die ganzen Sachen, die man nicht spielt. Also dieses Argument ist meiner Meinung nach totaler Quatsch. Aber gut, ich meine, im Endeffekt ist es auch wieder das Verteidigen des Spiels. Ich kann das verstehen. Wenn man einfach blind das Spiel spielen möchte und sagt, ich habe Spaß, alles, was dagegen negativ irgendwie gesagt wird, ist scheiße. Alles klar, dann spiel dein Spiel und bleib in deinem, in deiner Bubble und gut ist so. Aber ich persönlich bin mit dem Zustand dieses Spiels einfach nicht zufrieden. Und deswegen mache ich dieses Video. Ich möchte einfach nicht, dass das Standard wird. Und ja, am Ende des Tages noch ein Abschluss dazu. Nicht die Entwickler sind schuld, meiner Meinung nach, denn die sind sehr passioniert, was das Ganze angeht. Und ich glaube, sie haben auch richtig Bock darauf, das alles zu machen. Sondern ich glaube, dass es da oben auch wieder, und das habe ich sogar bei Battlefield 5 schon alles gesagt, Manager gibt, die halt einfach die schönen Quartalszahlen sehen wollen, die sie dann den Investoren vorzeigen können und sagen können, ey Leute, guck mal, Battlefield 2042 hat sich über so und so viele Male verkauft. Das Spiel ist einfach so eine krasse Cash Cow. FIFA ist ein Witz dagegen. Natürlich kann man das nicht mit FIFA vergleichen. FIFA wird wahrscheinlich noch krasser sein. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Die Leute interessiert es nicht, was die Spieler wollen. Die Leute interessiert es auch nicht, was die Entwickler den Spielern bieten wollen. Das interessiert die alles gar nicht. Ich glaube, dass die Leute, diese Manager da oben, wer auch immer dafür zuständig ist, hingehen und sagen, Leute, bis dahin muss das Spiel raus sein. Ihr schafft das nicht. Okay, ihr habt gesagt, ihr wollt das Spiel im Oktober rausbringen. Naja, solange es vom Weihnachtsgeschäft ist, dann macht es halt im November. Ist mir auch egal. Aber es muss dieses Jahr raus. Egal in was für einem Zustand. Dann seid ihr halt selber schuld, weil ihr habt es nicht hinbekommen. Was für ein Druck hinter dieser ganzen Geschichte aufgebaut wird, bezogen auf die Entwickler, will ich mir gar nicht vorstellen. Also sollte man sich vielleicht vorstellen, weil es auch wichtig ist. Denn wenn ich lese, dass Entwickler teilweise Morddrohungen bekommen, denke ich mir auch, was läuft falsch auf dieser Welt? Die sind die Letzten, die da irgendwas für können. Denn wenn es nach denen ginge, würde das Spiel wahrscheinlich zehn Jahre in Entwicklung sein, damit es perfekt wird. Ja, genau so ist es wahrscheinlich auch mit Cyberpunk gewesen. Das ist zumindest mein Gedanke an der ganzen Sache. Und ich glaube auch tatsächlich, dass das so ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Entwickler sowas absichtlich machen. Die wollen am Ende, dass wir alle Spaß haben. Sie selber auch. Sonst würden sie ja nicht in diesem Studio oder für dieses Studio arbeiten. Und ja, Leute, ich könnte immer weiter quatschen. Das Spiel hat Potenzial. Das habe ich bei Battlefield 5 damals schon gesagt. Ich hoffe wirklich, dass sie es jetzt schaffen, rechtzeitig einige Patches rauszuhauen, die viele Sachen fixen. Und vielleicht auch, dass sie sich ein bisschen Gedanken mal darüber machen, ob man die Karten nicht teilweise auch mal zuschneidet und gewisse Dinge einfach mal rausschmeißt, ohne jetzt irgendwie Hate dafür zu bekommen oder so. Oder von mir aus auch eine 64er Karte zu machen, wo man nur 32 gegen 32 auf kleineren Maps spielt. Zumindest auch für Next Gen und PC. Nicht nur für Old Gen, weil ich glaube, dass das meiner Meinung nach auch eine schönere Spielerfahrung ist, als wenn es so Riesenkarten sind, wo man ein Running Simulator hat und ewig rumlaufen muss, damit man irgendwie von A nach B kommt. Aber das ist alles nur meine Meinung. Ihr müsst das nicht teilen, ihr müsst das nicht unterstützen. Ihr könnt mir aber trotzdem gerne mal in die Kommentare schreiben, was eure Meinung dazu ist. Es kann den einen oder anderen geben, der jetzt sagt, ach, der soll seine Schnauze halten, der labert eh nur Bullshit. Von mir aus ist mir egal. Ich habe gesagt, was ich sagen möchte und ich möchte, dass ihr ein ordentliches Produkt da draußen bekommt und nicht nur ihr, sondern ich auch, denn ich bezahle im Endeffekt auch dafür und deswegen wollte ich das unbedingt machen. Ich hoffe trotzdem, dass euch das Video gefallen hat und natürlich werden wir Battlefield 2042 weiterhin auch spielen. Ich werde auch weiterhin Videos dazu machen. Ich bin Battlefield-Fan, ganz klar, das wird auch immer, das wird auch so bleiben, aber ich möchte trotzdem weiterhin kritisch sein. Ja, und in diesem Sinne sage ich, wir sehen uns beim nächsten Mal, Freunde. Der Stream fällt heute leider übrigens aus. Ich bin heute Abend auf einem Event, da kann ich leider nicht. Ich habe es gestern auch nicht mehr geschafft zu streamen. Tut mir leid auf jeden Fall an der Stelle, aber es wird auf jeden Fall nachgeholt. Ich gucke mal in dieser Woche, wie ich das hinbekomme. Vielleicht kriegen wir irgendwo noch einen dritten Stream abends unter. Ich schaue mal, wie es klappt. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Wir sehen uns. Macht's gut. Bis dann und rein. Und ciao, ciao.